Musik Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Prison Architect. Ja und ich habe es bei der letzten Folge schon gesagt, ich muss hier ein paar Sachen umbauen. Und jetzt habe ich natürlich eine Sache nicht bedacht, nämlich dass die schweren Küchenmaschinen hier alle an diesem oberen Kapazitator hängen. Die habe ich jetzt hier eine untere gehangen. Also ich muss nochmal mein Konzept hier umdenken. Ich müsste wahrscheinlich hingehen und die ganzen, also ich habe jetzt erstmal hier oben Kapazitatoren abgebaut und werde die jetzt hier unten noch anbauen. In der Hoffnung, dass das reicht. Wenn das nicht reicht, haben wir ein ernsthaftes Problem. Dann müssen wir nämlich Energie jonglieren. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit gucken, ja, was müssen wir jetzt an Maschinen noch rausnehmen, damit Energie wieder hinkommt. Möglicherweise haben wir uns hier ein ganz gewaltiges Eigentor geschossen, aber das finden wir jetzt raus. Ich bin sicher, ihr da draußen habt schon wieder die Patentlösung dafür. Ich noch nicht so ganz. Jedenfalls, hier wird quasi fast überhaupt keine Energie benötigt, ne? Seht ihr das? Also das ist krass. Da habe ich möglicherweise wirklich ein ganz, ganz, ganz dickes Eigentor gehabt geschossen, weil ich die Küche, ich habe nicht bedacht, dass ich die Küche ja nochmal hier dran hängen habe. Und die hat ja wirklich auch sehr energiefressende Maschinen. Möglicherweise müssen wir gleich ganz schnell die Leitung hier umklemmen. Das werden wir uns da mal in Ruhe anschauen. Und dann hat mir irgendwer gesagt, man müsste die nicht mehr einschalten. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum sind dann einige hier... Naja, hm. So, da werden sie gerade aus dem Lager geholt. Und wir müssen auch bei allen gleich stehen, nämlich die Gefangenen auf. Und dann ist es dunkel und nix geht. Dann ist nix mit du... Ach du, duschen können sie, aber essen können sie nicht. Hm. Ei, 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 ei. Und es konnte auch nix gekocht werden, weil die Ölfen ja aus sind. Ui, 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 ui. Dann machen wir erstmal hier wieder Strom. So, jetzt seht ihr mir das zweite Problem. Tja, der Strom reicht nicht. Oh nein. Shit. Ah ja, und hier müssen wir jetzt natürlich die Kapastatoren wieder von Hand einschalten. Was mir ja keiner glaubt. So die ganzen Besserwisser, die dann meinten, nee, nee, das ist nicht so. Natürlich ist das so. Ein. Aber warum das nicht immer funktioniert, ist mir noch ein Rätsel. Und wie man das vor allen Dingen genau erkennen kann, ist mir ein Rätsel. So, der ist aus, hoffe ich zumindest. So, jetzt testen wir es nochmal. Ah, man kennt es glaube ich in den Strichen hier, ne? Seht ihr? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei. Aber ich bin nicht gut. Ich bin gut. So, also der wird wieder gepumpt. Die Jungs können also duschen, aber zu essen bekommen sie nix. So, die hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich versuch's nochmal. Ja, hat geklappt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ui, 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 haben wir da Glück gehabt. Aber, es ist nix zu essen da. Das ist jetzt ein Problem. Hm, wie sieht's denn mit dem Essensbedürfnis aus? Es geht. Naja, alle gelb. Alle medium. Ist gar nix da, ne? Nee. Eieiei. So, den ganzen Quatsch können wir jetzt natürlich wieder wegmachen hier. Und den brauchen wir ja nur zum Testen. Und, ähm, ja, hier sind jetzt die Mauern reingekommen, weil, natürlich, das, das abgrenzende, der abgrenzende Teil davon, der, äh, den ich da reingezogen hab in einer letzten Folge, der bleibt natürlich. Und dafür können die Bauarbeiter jetzt hier das Fundament dann reinziehen. Haben halt mit der Mauer angefangen, die schweren Jungs hier. Das ist aber generell an diesem Spiel ein bisschen blöd. Also, wenn man sich einmal so ein bisschen verbaut hat, dann, äh, ja, dann, äh, so, haben wir jetzt Essen eigentlich? Nee. Was ist denn hier schon wieder? Haben wir jetzt... So, das ist jetzt nämlich Innenbereich hier geworden. Sehr gut. Können wir jetzt hier nämlich schon mal schönen Boden reinmachen. Wunderbar. Und, ähm, ja. Und wir haben auch ein übersichtliches Stromproblem. Noch. Haben hier natürlich jetzt ordentlich Platz für Kapazitatoren, ne? Sieht also ganz gut aus. Aber die Jungs haben nichts zu essen hier. Oi, 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 oi. Eben, weil wir keinen Strom hatten. Aber der wird ein bisschen befriedigt gerade. Guck mal, da hat der Kellner gerade was gebracht. Und wir sehen, wir brauchen gar nicht so viel, so viel Köche. Interessanterweise benutzen die Köche aber die ganzen Herde. Das heißt eigentlich nur ein Koch, ein Herd. Nee, äh. Ein Koch pro Herd. Und vor allem, wir haben jetzt Licht demnächst hier. Das ist auch schon mal was wert. Ah, ist das hübsch. Guck mal. Cool. So, hier wird gewischt. Hier ist drin, ne? Oder ist hier draußen? Oder was ist hier? Hm. Also hier. Ach so, das ist alles fürs Waschen. Ja. Waschen meine ich nicht, meine Reinigung. Wir könnten nun hin mal gucken. Was ist denn hier blockt? Jetzt ist doch eigentlich frei hier. Satt geworden sind die, glaube ich, nicht so ganz. Okay. Aber dafür gehen sie wieder arbeiten. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Und in der Kontrabandsituation hat sich nichts geändert. Also das sind die Sachen, die wir dann als nächstes quasi installieren würden. Das heißt, wir würden hingehen und versuchen... Warum? Ich mach das nochmal. Also. Licht. Sollte jetzt eigentlich gehen. So, da kommt der Schneider angelaufen. Ach, die Lampe liegt noch hier. Ja. Ach. Holt die ab. Warum laufen die denn alle hier außen rum? Was? Das ist doch alles nicht ganz richtig hier. So. Und. Ja. Er kann sie einbauen. Und endlich wird es auch mal Licht hier. Guck mal. Das wird aber auch mal Zeit. Das wird aber auch mal Zeit. Also wir können eigentlich noch einen schönen Weg hier draußen mal bauen. Aber. Langfristig wollen wir ja. Wir sehen auch hier. Wir haben jetzt mittlerweile schon einen Gefangenen mehr, als wir haben könnten eigentlich. Das heißt, wir müssten jetzt mal langsam hier die Zellen ausbauen. Das heißt. Ähm. Ja. Was machen wir als erstes? Machen wir hier neue Zellen? Definieren wir hier neue Zellen? Oder? Ich versuchte hier erst einmal komplett zu bauen. Damit wir wirklich mal jetzt mal Nägel mit Köpfen machen hier. Ja. Das war falsch. Laziness. Gibt dir gleich Laziness hier. So. Äh. Falsche Zelle kopiert. Nochmal. Diese will ich haben. Das haben wir schon. Also nochmal. Machen wir es so. Och, Leute. Na. Jetzt haben wir es so. Das kostet pro Zelle. Äh. 100, 200, 300, 500. Uiuiui. Nicht billig. Und ein bisschen Geld müssen wir noch übrig behalten für Scrap Metal kaufen, um irgendwelche Reparaturen durchzuführen. Da machen wir gleich noch ein paar Schönheitsreparaturen noch dran, würde ich sagen. Geht das mal in aller Ruhe an hier. Ist auch nichts zum Saubermachen nicht. Hier haben wir schon ein bisschen den Gang angefangen. Den müssen wir noch weitermachen. Aber jedenfalls, gegebenenfalls, kommen wir ja jetzt hier richtig auf Kohle, weil diesmal läuft der Laden ja von Anfang an richtig und wir haben auch genug Leute dafür, hoffe ich mal. Wir schauen mal nach. Deployment. Warum hakt das eigentlich jetzt jedes Mal hier? So, und da sehen wir, das Ding ist komplett besetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir haben natürlich keine, da stehen jetzt auch Leute rum und haben nichts zu sägen. Das heißt, wir ziehen jetzt mal hier ein bisschen Personal wieder ab, damit wir auch in der Laundry noch was zu tun haben. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Plätze haben wir. Wir haben zwanzig, ich weiß. Aber sechzehn Maschinen. Ups, ich hoffe, dass die Aufnahme nicht abgebrochen. Ähm, so, eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. So. Und der Rest kann nämlich dann hier mal in der Laundry arbeiten. Das ist auch ein Job. Also, äh, da muss, da muss man hier, da müssen die mit diesen Buggys hier rumfahren, kilometerweit. Und da sind auch die neuen Gefangenen gekommen. Wir hatten wieder zwei Entlassungen, auch nicht schlecht. Ja, und der Zaun ist übrigens auch fertig, ne? So, also, da kommt jemand, äh, da kommt jetzt keiner mehr raus. Und die Unzufriedenheit steigt. Da schauen wir mal kurz, was ist denn da schon wieder los? Ähm, AA machen müssen die, okay? Oder? So, Contravent, die wollen alle Waffen und, äh, Narkotika haben. Das interessiert mich aber nicht, weil das kriegen sie nicht. Und ab und zu muss ich die Jungs nochmal durchsuchen. Aber die hier sind alle so, das sind ja alles friedliche Jungs, ne? Die tun ja nichts. Also, die arbeiten schön und, äh, tun keiner Fliege, was zu leidet. Was wollte ich damit sagen? Und solange die sich nicht hier wieder unten tot prügeln, was war, hier passiert auch irgendwie nichts. Die, äh, die arbeiten, arbeiten überhaupt nicht. Ist das denn wahr? Muss ich denn hier erst wieder jemanden reinholen, der hier da auch aufpasst, dass hier gearbeitet wird? Gibt's ja eigentlich hier. So, hier kretisches Energieniveau. Und hier haben wir, oh, hier können wir erstmal von hier oben nochmal so ein Kapazitator nach unten verlegen. Warum klicke ich eigentlich immer da drauf? Keiner weiß es. Äh, wo wollte ich hin? Ich wollte nach Utilities, genau. Nach Utilities, genau. Man kann es besser sehen. Dann bauen wir hier mal nochmal einen ab. So. Mit dem Essen, das klappt jetzt wahrscheinlich auch besser. Gearbeitet, fehlt hier auch ordentlich. Wunderbar. Wenn wir die dann noch hier dazuschalten, dann sollte es hier eigentlich besser aussehen. Na, dieser Boden, ey. Das ist eigentlich das, was ich jetzt gerne als nächstes machen würde. So was machen die Zellen hier oben, die neuen? Genau, hier müssen wir noch, äh, Wasser und Co. anschließen. So, Wasser haben wir. Dann haben wir hier den Locus angeschlossen. Und Ströme haben wir auch. Machen wir so hier. Können wir eigentlich schon mal hier durchziehen, die Leitung, ne? Wo ist der letzte Schacht? Dahin. So. Das wäre ja schon mal gut. Der ist am Arbeiten. Der holt jetzt wahrscheinlich hier die dreckigen Sachen ab, genau. Und hier wird ohne Ende stationiert und patrouilliert. Aber hier unten wird ja nichts getan. Also können wir den hier wieder abziehen. Aber wo sind denn die alle stationiert, hä? Eine ist hier. Da ist eine, da ist eine. Was machen die denn hier? Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat das denn angeordnet? Wachen bei der Wasserpumpstation. Hä? Na gut, also die Jungs waren fleißig hier. Sehr gut. Ähm, ich bin auch wieder fleißig. Nämlich, wenn ich jetzt noch eine Folge gleich aufnehme. Aua. Was sagt denn der Festplattenplatz? Ähm, ja. Einnehmen können wir noch. Warum stoße ich eigentlich immer hier gegen? Weil ich es nicht gewohnt bin. Ja. Ich hoffe, ihr seht dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, der Garderole ist hier der, äh, äh, Gefängnisgott. Ja, oder auch nicht. Äh, wir müssen, äh, in Zukunft mal ein bisschen darauf hingehen, dass wir mehr schwierige Gefangene aufnehmen. Das wird also jetzt unser nächstes Ziel sein. Ich hoffe, ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, der Garderole hat eine, äh, hohe Unzufriedenheitswertung. Oh, oh. Ja, und was ich damit auch seht, seht ihr beim nächsten Mal. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.